Wie viel von den Boxen haben die denn noch? Gefeiert haben die hier gut. Was steht da? Nichts. So, schnapp mal, ist das Ding noch? Geht doch. Lelelelele. Da haben sie aber sehr gut nichts versteckt. Ich würde sagen, das nehmen wir auf jeden Fall. Das sind echt... Wow. Ja, hallo. Das könnte äußerst lohnenswert sein. Flüsse. Das Schwein schläft, hoffentlich. Oh. Der hört ziemlich gut voran, aber ich glaube, da fehlt noch was ganz entscheidendes. Oh, Schweinchen. Wie tief bist du gesunken? Geht nicht. Oh, siehst du mal. Oh, da ist ja noch Disco Polo. Keiner. Ach, guck mal. Hätte ich auch ganz sicher übersehen. Oh. 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 So, noch mal. Oh. Dong. Ein Autoradio. Hoch braucht man nicht. So. Da kommt man raus. Nichts. Ich weiß, aber es fehlt noch. Es fehlt noch ein Schlüssel. Aber, ähm. Ja, ich bin reingetreten. So, jetzt wird es eigentlich einfach. Ja. Bam. Hä? Na toll. Das ist jetzt die Frage. Wie geht's hier weiter? Da war nichts mehr. Das hier ist ja auch nur... Ah, nee. Das ist noch ein Raum. Uh. Da ist er. Oh. Oh. Alles klar. Hier irgendwo noch ein Schlüssel. Ding. Hm. Hm. So tickt jetzt nicht weiter am See, fliegt, aha. Komm, lass mich da hin. Jetzt gehen nicht alle, okay, oh, da ist auch noch was. So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Hast du die Tickets? Ich warte am See auf dich. Sollen wir es doch probieren? Hätte sein können. Ach komm, jetzt hör auf. Ich mag das nicht. Ich hätte es wissen müssen, ich habe erst zwei Schlüssel. Ich warte am See auf dich. Hier. Alle Teilen haben wir vor. Aha. Noch einen Schlüssel. Das Klopapier ist das Wichtigste. Jump'n'Run. Oh, ja, danke. Da, 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 da. Ah, das ist es gar nicht. Upsa. Äh, nein. Das ist es gar nicht. Jetzt. Hilfe. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ähm. Ja, super. Da fingen wir an. Also, lass mich raten. Was ist denn das? Der letzte Schlüssel? Der letzte Schlüssel? Ja. 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 Na gut, dann gehen wir das Klopapier holen. Und was dann passiert, sehen wir dann. Da ist definitiv nichts. Fehlt noch einer. Ach, nö. Ich hab doch zwei gesehen. Das wollte ich nie wieder machen. Ich war mir jetzt sicher, ich hätte denn... Was machen wir mit dem Ticket? Hier war doch einer. Den hatten wir. Einer war... Äh, ja. So. Frage ist, wie kommen wir hin? Noch mal schauen. Habe ich hier so viel übersehen? Ach, jetzt geht's plötzlich. Das ging auch eben nicht. Ah, ja. Ja, Mondschein ist klar. Ja. Also, unser Dieb. Jetzt wissen wir es auch. Unser Dieb ist auch ein Alien. Warte mal, was ist denn das? Nichts entscheidendes. Warte mal, was ist denn das? Nochmal zum See. Ja, ich weiß. Die Frage ist... Sollen wir denn hin? Das muss doch gehen. Da kommt es nicht hoch. Das weiß ich. Oh. Aber da fehlt ja trotzdem noch was. Da ist doch noch was verkehrt. Es muss doch irgendwo noch weitergehen. Das ist der letzte Schlüssel. Ich hab doch drei geschnappt. Ich find doch nicht gut, dass er tot ist. Jawollo. Ist egal. Ah. 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 Okay, da kommt nicht mehr viel Verwendbar aus. Frage ist... Ich habe drei Schlüssel mir geschnappt und irgendwie sind nur zwei da. Ich glaube aber, es ist ein Bug. Ich mich jetzt nur erinnern könnte, wo der dritte war. Schneemann, beim Alien und der dritte. Steckt er irgendwie da drin, oder? Ich will mir das Schwein gar nicht so genau... Ich weiß nicht so genau... Ich weiß nicht so genau... Ich weiß nicht so genau...